Es geht ja vor allen Dingen um das Thema Nachhaltigkeit und wenn ich mir jetzt so von meinem geistigen Auge vorstelle, wie wir beim Thema Nachhaltigkeit weiterkommen, dann hat das glaube ich ganz viel mit Umdenken zu tun, denn auf den eingetretenen Wegen werden wir hier sicherlich nicht zum Ziel kommen. Das heißt, wir müssen veränderungsbereit sein in allen Lebensbereichen, also wir als Privatmenschen, wir als Mitarbeitende, aber auch wir als Führungskräfte und müssen überall uns fragen, was können wir denn ein bisschen anders machen als in der Vergangenheit. Also passt sehr gut Umdenken. Also ich glaube, Nachhaltigkeit ist ein Thema, was einem Lebensversicherer halt in den Genen abgelegt ist, denn ein Lebensversicherer muss extrem langfristig denken. Insofern ist man hier gewöhnt an nachhaltiges Denken. Aber es ist natürlich auch ein Thema, was im Moment eine Art gesellschaftlichen Konsens darstellt, eine Bereitschaft einfach daran zu gehen. Insofern müssen sich Unternehmen diesem Thema stellen. Es passt gut zu unserem Purpose der Selbstbestimmung. Es passt gut dazu, dass wir gerade in Deutschland hier ein Unternehmen für junge Menschen geworden sind und ja auch sehr viele Menschen der jungen Generation heute begleiten, denen Nachhaltigkeit noch mal ganz besonders wichtig ist. Wir wollen den CO2-Verbrauch um 35 Prozent runterbringen als SwissLife-Gruppe und immer da, wo es uns nicht gelingt, CO2 zu vermeiden, werden wir es kompensieren durch entsprechende Investitionen in Projekte, zum Beispiel im Bereich Aufforstung, sodass wir ab diesem Jahr net zero sind. Also wir haben unseren CO2-Footprint komplett eliminiert, entweder indem er gar nicht entsteht oder indem wir dafür CO2-endnehmende Projekte fördern. Traditionell, wenn man in Vor-Corona-Dimensionen denkt, war unser liebstes Verkehrsmittel das Flugzeug, gerade bei diesen Wechseln zwischen Hannover und Garching. Und ich glaube, da wollen wir uns jetzt auch mal andere Verkehrsmittel erschließen. Die Deutsche Bahn lässt hier schön grüßen, die natürlich deutlich CO2-effizienter ist als das Flugzeug. Das ist jetzt ein Weg, den wir einschlagen wollen, den wir einschlagen müssen. Völlig klar, dass ich da auch ein Stück weit vorangehen muss, und da ich natürlich sehr viel unterwegs bin, ist natürlich auch die Frage, wie denn meine Mobilität gestaltbar ist. Ich habe mir das mal näher angeguckt. 2018 bin ich 55.000 Kilometer gereist zwischen den verschiedenen Standorten und auch Städten in Deutschland oder in der Schweiz und davon waren fast 90 Prozent mit dem Flugzeug, 86 Prozent, um genau zu sein. Im letzten Jahr war ich nur noch 37.000 Kilometer unterwegs, bisschen auch pandemiebedingt, aber auch, weil man jetzt mehr digitalisiert hat und nicht mehr ganz so oft unterwegs ist. Und da waren bereits fast 50 Prozent mit der Bahn oder um exakt zu sein 46 Prozent. Also ich habe da deutlich umgestellt, habe mittlerweile das Reisen auch wirklich sehr lieben gelernt, weil es natürlich eine Zeit ist, wo man auch wunderbar konzeptionell arbeiten kann oder auch mal diese ganzen E-Mails weghauen kann, die man da so bekommt. Und mache das natürlich auch, weil ich damit zeigen will, es geht. Man kann anders unterwegs sein. Und das ist natürlich auch die Hoffnung, dass ich da ganz, ganz viele Nachahmer im Unternehmen finden werde, die ebenso bereit sind, mal umzudenken und stärker auf die Bahn zu setzen, denn mit dem Autofahren oder mit dem Flugzeug zu fliegen. Wir müssen da stetig dranbleiben. Wir werden uns auch stetig weiterentwickeln müssen, weil auch die technologischen Möglichkeiten sich stetig weiterentwickeln. Und insofern liegt da eine Menge Umdenken vor uns und eine Menge Veränderungsthemen vor uns und denen wollen wir uns aber stellen.